Hallo liebe Golfbegeisterte, mein Name ist Christian Görlitz, Golftrainer im Golfenlandclub Gudriden. In den folgenden Videos möchte ich ein bisschen auf die Golfregeln eingehen und Ihnen anhand von einigen Filmen zeigen, wie die Golfregeln auf dem Platz tatsächlich anzuwenden sind. Michael, warte mal. Was ist denn los? Du hast deinen Ball doch ins Aus geschlagen. Hey, das war der beste Abschlag bis jetzt. Ja, aber er war im Aus. Darf ich den nicht weiterspielen? Nein, du darfst ihn doch hier nicht wieder droppen. Du musst immer zu deiner letzten Stelle zurück, wo du gespielt hast. Oh Mann, so weit nach hinten wieder. Also liebe Golfer, wie häufig immer wieder angewandt wird am Aus getroppt. Unglaublich. Sie haben wirklich nur die Chance zum letzten Punkt zurück und von dort erneut spielen. Dafür bekommen sie selbstverständlich einen Strafschlag. In dem Fall, wenn sie nicht wissen, ob er da ist, spielen sie einen provisorischen Ball. Das spart ihnen Zeit und ein bisschen Nerven. Michals Ball ist an einem frontalen Wasserhindernis gelandet. Grundsätzlich hat er zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, zum letzten Punkt zurückzugehen, von wo er geschlagen hat. Natürlich einen Strafschlag. Möglichkeit 2 ist, immer die Fahne als Referenzpunkt zu nehmen und den Kreuzungspunkt, wo der Ball das Wasserhindernis eingetreten ist, auf dieser Linie, auf gerader Linie zurück. Also zwischen Fahne und Kreuzungspunkt auf gerader Linie nach hinten, so weit wie sie möchten. Weitere Möglichkeiten haben sie nicht, außer sie wollen das im Wasser spielen. König und Kreuzungspunkt auf geheim wenn sie nicht nur fürs Schofen unterstützen, für die Lanzernis alg bleiben. we ...